Hallo, ich bin Johanna und das hier ist mein Podcast, Calm is your Superpower. Ich spreche hier über das Thema Angst in allen Facetten, über Selbstverwirklichung, Selbstsabotage, Selbsthilfe und über die Metamorphose von vermeintlicher Schwäche in Resilienz und Stärke. Ich möchte dir helfen, deine Angst in Kraft zu tauschen und ich möchte dir zeigen, wie du tiefer fühlst. Darum dreht sich alles bei mir, um mit mehr Leichtigkeit zu leben. Ich möchte dir Mut machen mit wissenschaftlichem Backup und ich möchte uns allen helfen, uns ein kleines bisschen weniger verrückt und überwältigt und stattdessen voller Möglichkeiten zu fühlen. Ich freue mich über deine Fragen, sollten welche aufkommen, zu denen du dir eine Antwort wünschst. Du kannst sie mir schicken über meine Webseite karlajohannaschäffer.com oder über Instagram. Und ich werde sie gerne hier im Podcast beantworten. Hallo und einen schönen guten Morgen. Wie geht's euch? Wie erlebt ihr den Sommer, der ja jetzt eigentlich so richtig da ist? Also ich habe einen bislang wunderbaren Sommer. Ich bin beseelt mit meinem Live-Kurs, der hier gerade in Köln stattfindet, mit den Menschen, mit denen ich arbeite. Es sind so nette Begegnungen und ich genieße das total. Und für alle, die nicht dabei sein konnten, weil die Termine nicht gepasst haben oder weil der Urlaub vielleicht schon anstand. Es wird im Herbst auf jeden Fall nochmal die Möglichkeit geben und lade also all diejenigen, die Interesse haben, schon mal ein. Es wird da wieder was geben. Ja, und ja, ich habe auch darüber nachgedacht gestern, dass ich gerade so ganz konträre Dinge erlebe oder Dynamiken erlebe. Einerseits bin ich gerade ganz viel draußen in der Sonne, im Wasser, auf der Terrasse und genieße das Leben, genieße die Sonne, genieße die Freiheit. Und auf der anderen Seite bin ich die andere Hälfte der Zeit sehr, sehr konzentriert am Lernen und Vorbereiten, denn ich habe in zwei Wochen Prüfungen in meinem Studium und ich freue mich, dass diese beiden Welten nebeneinander Platz haben und bin natürlich auch einfach glücklich, mit so netten Menschen zu arbeiten. Ich bin ja jetzt dreieinhalb Jahre offiziell mit dem dabei, was ich mache und fast ausschließlich haben sich nur sehr sympathische, sehr empathische, sehr nette Menschen bei mir gemeldet, mit denen ich gearbeitet habe. Und da darf ich immer wieder und bin ich auch immer wieder sehr dankbar für. Ja, und als ich jetzt darüber nachgedacht habe, was ich diese Woche im Podcast besprechen kann, fiel mir das Buch Anyway, die paradoxen Gebote von Keith Kent. Kent, Keith oder Keith Kent, muss ich gleich nochmal nachschauen, dass mir eben in einem Urlaub im Norden in Eiderstedt begegnet ist und dass ich heute in der Folge mit euch teilen möchte, beziehungsweise sind es eben zehn paradoxe Gebote oder Leitfäden, die Kent Kent oder Keith Kent mit uns teilt. Und ich dachte mir, über das Jahr hinweg möchte ich immer mal wieder eine Folge zu jeweils einem dieser Gebote machen. Es geht darum, wie man Sinn finden kann, wie man Glück empfinden kann, gut mit sich und anderen sein kann in einem verrückten Leben, in einem Leben, das vieles von uns fordert, das vieles durcheinander bringt. Und ich möchte heute eben mit dem ersten Gebot starten. Kent Keith hat dieses Buch 2004 erstmals veröffentlicht, also Anyway, the paradoxical commandments, die paradoxen Gebote und hat diese zehn paradoxen Gebote aber schon vor zig Jahren, also in seiner Studentenzeit verfasst für eine Schülerzeitung. Und es geht in diesem Buch oder in den paradoxen Geboten darum, angesichts eben von Herausforderungen und Widrigkeiten einen persönlichen Sinn im Leben zu finden, Glück zu empfinden und das Leben für sich leichter zu gestalten. Und es gibt auch hier schon direkt ein absolutes Paradoxon, nämlich wenn die Dinge gut und einfach laufen und so vor sich her plätschern, dann kann es gerade besonders schwierig sein, Sinn und tiefes Glück zu finden. Wie verrückt, oder? Aber darüber kann mal nachgedacht werden. Und dieses Buch Anyway oder Tu es trotzdem, das Buch fordert uns auf, einfach unser Bestes zu geben, auch in schwierigen Zeiten. Wir können nicht kontrollieren, was um uns herum geschieht, aber Du, ich, wir können kontrollieren, wie wir reagieren. Das Buch rät uns, uns auf den Sinn und ja, also mehr auf die Sinnhaftigkeit, auf den persönlichen Sinn zu konzentrieren und nicht so sehr nach dem Erfolg zu suchten. Ja, und dass wir einfach mehr nach den eigenen Werten leben sollen. Also die zehn paradoxen Gebote sind Grundsätze, nach denen wir leben sollen, nicht für jemand anderen, sondern für uns selbst. Und wenn Du Dich jetzt also noch nie hingesetzt hast, um Deine Werte zu entdecken, sie Dir bewusst zu machen, dann ist das jetzt vielleicht nochmal ein guter Zeitpunkt, das zu tun. In meinem Jahresprogramm haben wir immer auch eine eigene Session dafür, in der es darum geht, die eigenen Werte sich bewusst zu machen und ganz bewusst eben zu definieren. Werte sind so etwas wie ein Leitfaden, kann auch mal ein Sicherheitsgurt sein für uns. Und wer jetzt vielleicht noch ein kleines Geschenk braucht, die zehn paradoxen Gebote gibt es eben auch auf Deutsch, ist einfach ein zeitloses, absolut lesenswertes kleines Büchlein und ich glaube, Ihr werdet auch Trost in seinen Worten finden. Also, ich möchte jetzt im Laufe des Jahres die zehn paradoxen Gebote mit Euch teilen. Heute soll es um das erste gehen. Es wird sogar gesagt, dass Mutter Teresa einen Ausdruck dieser zehn paradoxen Gebote von Kent Keith in ihrem Zimmer hängen gehabt haben soll. Denn selbst wenn die Welt schwierig ist, das ist seine Aussage, selbst wenn die Dinge wirklich verrückt erscheinen, können wir immer noch einen persönlichen Sinn und tiefes Glück darin empfinden. Und das tun wir, indem wir dem Schlimmsten oder dem Schwierigsten in der Welt mit dem Besten in uns begegnen. Das ist die Idee. Was wir kontrollieren können, ist unser eigenes inneres Leben, unser spirituelles Leben. Also, du und ich können entscheiden, wer wir sein werden und wie wir leben wollen. Hier ist jetzt also das erste paradoxe Gebot von Kent Keith, das lautet, Menschen sind unlogisch, unvernünftig und egozentrisch. Liebe sie trotzdem. Wir könnten es ein bisschen umformulieren und sagen, Menschen können unlogisch sein, unvernünftig sein und auch egozentrisch sein. Begegne ihnen trotzdem mit Wohlwoll. Und ich möchte jetzt also, ja, seinen kurzen Text zu diesem ersten Gebot vorlesen und hoffe, dass das schön in dir wirkt. Es sind zwei, drei kleine Seiten. Bei den Peanuts, jener legendären Comicserie von Charles M. Schulz, sagt Lucy einmal, ich liebe die Menschheit, aber die Leute kann ich nicht ausstehen. Gewiss können einige Menschen schwierig sein und sie zu lieben mag schwerfallen. Andere sind unvernünftig, uneinsichtig und selbstsüchtig. Doch wir sollten sie trotzdem lieben. Liebe ist das größte Geschenk, das wir geben und empfangen können. Es ist ein Geschenk, das jeder von uns benötigt, sowohl was das Geben als auch was das Empfangen betrifft. Ein Leben ohne Liebe ist ein Dasein, das nicht zur vollen Blüte gelangt. Begrenze dein Leben nicht, indem du deiner Liebe Grenzen setzt. Der Psychologe Abraham Maslow fand heraus, dass die Liebe für das Wachstum eines Menschen genauso wichtig ist wie Vitamine, Mineralien und Proteine. Ich glaube, dass wir Menschen geschaffen sind, um zu lieben. Wenn wir weder Liebe geben noch empfangen, dann arbeiten, um einen technischen Vergleich zu nehmen, nicht alle Zylinder unseres Motors. Wir sind nicht die, als die wir gedacht waren. Wir sind nicht alles, was wir sein könnten. Wir tun nicht all das, was wir tun könnten. Es ist tragisch, wenn Menschen sich dazu entschließen, andere nicht zu lieben, weil sie von ihnen nichts halten oder weil sie sie als unvernünftig, uneinsichtig oder selbstsüchtig ansehen und deshalb meinen, sie seien ihrer Liebe nicht wert. Das ist eine Tragödie, denn die Liebe hat nichts mit Anerkennung oder Wertschätzung zu tun. Niemals. Jeder von uns hat Fehler und Schwächen. Jeder von uns kennt Augenblicke schlechter Laune, der Schwäche und der Versuchung. Jeder von uns hat schon einmal etwas getan, von dem er später meinte, es wäre besser gewesen, es nicht getan zu haben. Wir benehmen uns nicht immer in gesellschaftlich akzeptierter Weise und wir sind nicht immer wertzuschätzen. Wären Akzeptanz und Wertschätzung tatsächlich eine Vorbedingung von Liebe, dann gäbe es wohl nur wenig Liebe auf der Welt. In höchster Form ist die Liebe bedingungslos. Wir lieben und werden geliebt, trotz unserer Fehler und Schwächen. Natürlich sollten wir danach streben, innerlich zu wachsen und uns zu verbessern. Aber auch das stimmt. Das Verlangen und die Stärke zu wachsen und sich zu verbessern, können aus dem Lieben und dem Geliebtwerden hervorgehen. Wir alle kennen Menschen, mit denen Zeit zu verbringen frustrierend ist. Sie haben viele Bedürfnisse und fordern ständig irgendetwas ein. Oft ist ihr Verhalten sinnlos und sie handeln unvernünftig. Sie kommen uns überaus selbstsüchtig vor. Vielleicht sind sie das. Und doch, wenn es uns gelingt, sie zu lieben oder wir könnten sagen, ihnen wohlwollend zu begegnen, dann können sie unsere Zuneigung spüren und das wird das Beste in ihnen hervorbringen. Unsere Liebe kann Menschen verwandeln und sie liebenswürdiger machen. Rüttke sagte, Liebe zeugt Liebe. Liebe zeugt Liebe. Einer meiner Lieblingsfilme ist African Queen mit Humphrey Bogart und Catherine Hepburn in den Hauptrollen. Zu Beginn ihrer Reise auf Bogarts Schiff ist Humphrey zunächst ziemlich mürrisch und Catherine eher spröde. Sie kann sein ständiges Trinken nicht ausstehen und wirft seine Flasche über Bord. Er wiederum kann ihre Predigten nicht leiden und ärgert sich, dass er diese Frau überhaupt mitgenommen hat. Sie stehen schwierigste Situationen durch, zeigen Mitgefühl, verlieben sich ineinander und werden zu völlig anderen Menschen. Am Beginn der Reise sah einer den anderen als unvernünftig, uneinsichtig und selbstsüchtig an. Am Ende der Reise ist alles anders. Sie strahlen vor Liebe und werden, obwohl sie gleich als Spione gehängt werden sollen, vom Kapitän eines deutschen Kanonenboots getraut. Gerade noch rechtzeitig, bevor der selbstgebaute Torpedo African Queen versenkt und den beiden die Freiheit schenkt. Manchmal scheint es, dass Menschen unvernünftig und uneinsichtig sind, obwohl sie schlichtweg nur eine andere Logik und andere Methoden der Argumentation anwenden. Vielleicht haben sie auch einfach nur eine andere Sicht der Dinge, andere Erfahrungen oder bewerten die Fakten anders als wir. Ich erinnere mich an eine Geschichte, die ich in der Grundschule las. Es ging um eine Gruppe Blinder, die um einen Elefanten herumstand. Einer berührte den Rüssel des Tieres und verkündete, ein Elefant sei wie ein Schlauch. Ein anderer legte seine Arme um ein Bein des Tieres und sagte, ein Elefant sei wie ein Baum. Ein dritter strich mit seiner Hand an der Flanke entlang und meinte, ein Elefant gleiche einer Wand. Ein vierter griff nach dem Schwanz und sprach davon, dass ein Elefant wie ein Seil sei. Und so ging es weiter. Jeder hatte recht und jeder lag falsch. Bei den Teilen, die sie berührten, lagen sie richtig, doch auch wiederum falsch, denn sie konnten ja das gesamte Bild nicht sehen. Das wäre nur gelungen, wenn sie alle Teile zusammengefügt hätten, bis das wahre Bild des Tieres entstanden wäre. Seither stelle ich mir vor, dass einige der unvernünftigen und uneinsichtigen Menschen in der Welt ihre Hand nur an anderen Stellen des Elefanten haben als ich. In diesem Zusammenhang fällt mir noch ein Sprichwort ein. Es gibt drei Arten von Antworten auf jede Frage. Deine, meine und die richtige. Deshalb ist es wichtig, den hohen Sinn zu erfassen, der dem Geschenk des Liebegebens und des Liebeempfangens entspringt. Die Liebe ist zu wichtig, als dass man ohne sie auskommen könnte, nur weil andere schwierig sind. Oftmals sind sie nicht viel komplizierter als du und ich. Also nochmal das Gebot, das erste Gebot von Kent Keith. Die Menschen sind unvernünftig, uneinsichtig und ich bezogen. Liebe sie trotzdem. Ja, vielleicht macht es dir dieser Text etwas leichter, den Menschen in deinem Leben, die sich nicht so verhalten, wie du es dir vorstellst oder wünschst, ihnen einfach mit mehr Wohlwollen, mit mehr Liebe, mit mehr Geduld zu begegnen. Du ärgerst dich vielleicht über manche Menschen ziemlich sicher sogar. Tust du das? Wir tun das alle. Lieb sie trotzdem. Hab trotzdem Geduld. Sei trotzdem wohlwollend. Tu es trotzdem. So heißt das Buch von Kent Keith. Anyway, gib dir trotzdem Mühe. Und ich möchte die Folge beenden mit einem letzten Gedanken. Wenn es jetzt gerade, wenn es jemanden gibt, den du besonders magst, besonders liebst, schätzt, bewunderst und mit dem es gerade nicht ganz einfach ist, weil er sich oder sie sich nicht so verhält, wie du dir das vorstellst, möchte ich zum Schluss eben noch ein kleines Bild, einen kleinen Vergleich mitgeben. Denn vielleicht denkst du mal über das Folgende nach. Nämlich das, was die allermeisten von uns sabotiert oder das, was uns alle in den meisten Fällen sabotiert, so möchte ich es vielleicht formulieren, ist die eigene Unsicherheit vom anderen irgendwie suggeriert oder sogar bewiesen zu bekommen über die Logik unserer Gedanken in unseren Köpfen, dass wir nicht gut genug sind, so wie wir sind. Ja, es sind die alten Verletzungen, Unsicherheiten, Selbstzweifel, die Scham, die uns so sabotieren können, indem wir eben nicht in Gesprächen oder Situationen aus der eigenen Haut können, indem wir eben so sind, wie wir eigentlich nicht sein wollen oder dicht machen, obwohl wir eigentlich empfänglich bleiben möchten, liebevoll sein möchten, offen sein möchten und wir können es trotzdem nicht. Und deswegen möchte ich jetzt zum Schluss noch dieses folgende Bild mitgeben. Denn wenn es uns oder wenn es dir mit einem bestimmten Menschen gerade schwerfällt, geduldig und offen zu sein, wenn unsere eigene Unsicherheit uns immer wieder so an den Abgrund zum Geländer hinzieht, dann lass uns mal gemeinsam die letzten Minuten über Diamanten, über Brillanten nachdenken. Das sind jetzt keine neuen Gedanken, die ich teilen möchte, sondern es ist einfach nochmal eine neue Art und Weise, dass diese Gedanken dich erreichen können. Also stell dir vor, du bekämst einen Brillantring geschenkt. 3 Karat, sagen wir. Also so ein richtig schöner, großer Brilli. Ich kann mich dafür begeistern. Und selbst wenn das nicht so richtig dein Ding ist, Brillantringe, dann weißt du jetzt trotzdem, solche Ringe 3 Karat, das sind 20.000 Euro, also sehr wertvoll, sehr kostbar. Und du bekämst einen solchen Ring geschenkt. Wir übertreiben, du wirfst ihn weg. Kannst damit nichts anfangen. Weiß nicht, was er wert ist. Du wirfst ihn weg oder lässt ihn einfach liegen. Ist nicht dein Ding. Für mich jetzt, die weiß, so ein Ring kostet ungefähr so und so viel. Für mich ist es überhaupt keine Option daran zu zweifeln, dass der Wert dieses Brillantrings irgendein anderer ist als 20.000 Euro. Du hast ihn trotzdem weggeworfen. Du hast den 20.000 Euro Ring links liegen lassen. Du hast eine Wertanlage oder ein wunderschönes Schmuckstück einfach weggeschmissen. Dass sich dabei irgendetwas an dem Wert des Ringes verändert, ist für mich in meinen Gedanken, für die meisten von uns, wenn sie das jetzt hören, überhaupt keine Option. Wenn du einen solchen Ring wegwerfen würdest oder einfach in einer Bar liegen lassen würdest, dann würden die allermeisten denken, Mensch, ist die verrückt? Ist der verrückt? Ich würde nicht denken, okay, wahrscheinlich ist der Ring doch nicht so viel wert, wenn er ihn nicht will. Ist bestimmt doch nicht so gut. Ist bestimmt doch nicht so wertvoll. Nee, für mich wäre es der pure Wahnsinn für die allermeisten, 20.000 Euro an purer Schönheit einfach wegzuwerfen oder nicht zu wollen. Ganz offensichtlich weiß, wenn sowas passieren würde, jemand nicht, was dieser Ring wert ist. Sonst würde er ihn nicht wegwerfen. Mein Gedanke wäre also, dieser Mensch ist sich des Wertes nicht bewusst, kennt Wert nicht. Und außerdem versteht er nichts von Diamanten. Diesen Gedanken würdest du wahrscheinlich jetzt anhand dieses Beispiels mit mir teilen. Völlig unverständlich für die meisten von uns, wenn das geschehen würde. Auf ähnliche Weise, wenn du deine Aufmerksamkeit, deine Liebe, deine Zuneigung oder dich selbst oder dein Wohlwollen einem anderen Menschen gibst. Du bekommst nicht die Reaktion zurück, die du dir gewünscht hast, die du dir vorgestellt hast, die du erwartest. Anstelle zu denken, oh je, das hat was mit mir zu tun. Ich bin wahrscheinlich nicht gut genug. Ich bin wahrscheinlich nicht schlau genug, wertvoll genug, schön genug, bestimmt genug. Anstatt also den eigenen Wert direkt in Frage zu stellen, Was, wenn du dir bewusst machst, dass du ganz objektiven Wert hast? Wie ein Brillantring. Sehr wertvoll, selten, besonders und kostbar. Objektiver Wert. An dem 20.000 Euro Wert gibt es nichts zu rütteln. Was, wenn du dir deinen objektiven Wert auf gleiche Weise bewusst machen könntest? Was, wenn dein Wert genauso objektiv wäre, wie der des Brillantrings? Was, wenn es so klar, unbeeinflussbar, ja, nüchtern wäre? Diese Wahrheit. An deinem Wert gibt es nichts zu rütteln. Also, wenn dir jemand auf eine Art und Weise begegnet, wo du dir links liegen gelassen oder weggeworfen vorkommst, was wäre, wenn du dich an den Brillantring erinnern könntest? Und wenn es für dich nichts zu rütteln gäbe an dem Gedanken, ich, mein Wert, wir sind intakt. Wenn du dir sagen kannst, das hat mit mir und meinem Wert nichts zu tun. So wie es nichts mit dem 20.000 Euro Wert des Brillantrings zu tun hat, wenn dieser im Müll landet. Da ist einfach jemand wahnsinnig. Wahnsinnig unachtsam, uninformiert oder einfach nicht bei der Sache. Der Mensch vor dir ist vielleicht einfach nicht fein genug, raffiniert genug zu wissen, wen er da vor sich hat. Wir kennen das aus der Bibel, oder? Perlen vor die Säue. Nur, dass wir hier nicht suggerieren wollen, dass die anderen die Säue sind und du die Perle, sondern dass du einfach für dich weißt, ich bin ein Brillantring. Mein Wert ist objektiv, er ist einfach da. Daran gibt es nichts zu rütteln. Und wenn mein Gegenüber nicht so reagiert, wie ich mir das wünsche, hat das nichts mit meinem Wert zu tun. Und ich muss es in meinem Kopf nicht bedeuten lassen, dass ich weniger wertvoll, weniger kostbar oder weniger selten bin. Ich meine, damit nimm es nicht persönlich. Du darfst in deinem Wert verankert sein. Ich kann es gar nicht persönlich nehmen, wenn jemand anderes den objektiven Wert eines Brillantrings nicht zu schätzen weiß. Ich kann es nicht persönlich nehmen, wenn jemand anderes nicht den objektiven Wert von irgendetwas einzuschätzen weiß, von dem er stark profitieren könnte. Und auf die gleiche Weise darf ich es nicht persönlich nehmen, wenn mein objektiver Wert, den ich mir bewusst machen muss, nicht geschätzt wird. Das ist kein Grund für mich, meine Gedanken gegen mich selbst zu richten, mich zu kritisieren, mich zu hinterfragen. Du darfst in deinem Wert verankert sein. Du bist der Brillantring. Und du weißt, jetzt nach dem ersten Gebot, das ich mit dir geteilt habe, aus dem Buch Anyway, begegne ihnen trotzdem wohlwollend, lieb sie trotzdem, sei ihnen trotzdem wohlgesonnen, sei in deinem Wert verankert. Du bist aus dem Zeug gemacht, aus dem wertvollen Zeug. Und das, vielleicht muss ich dazu sagen, heißt nicht, dass der andere deinen Wert absichtlich nicht erkennt oder ihn tatsächlich nicht erkennt. Ich möchte einfach den eigenen Gedanken begegnen, die sich einstellen, wenn wir etwas sagen, tun oder von einem anderen erwarten und nicht die Reaktion zurückbekommen, die wir uns eigentlich gewünscht haben. Es geht darum, dass wir uns unseres Wertes bewusst sind, dass wir uns sagen, mein Wert ist objektiv. Ich denke an den Brillantring. Und außerdem gibt uns das viel mehr Kraft und Kapazität, liebevoll, geduldig, achtsam mit unserem Gegenüber umgehen zu können und vielleicht eben so empfänglich und offen bleiben zu können, wie wir es auch tatsächlich sein wollen. Also das war das erste paradoxe Gebot. Ich freue mich über euer Einschalten. Habt eine gute Woche. Bis nächsten Mittwoch. Hat dir diese Folge weitergeholfen? Kennst du vielleicht jemanden, der auch davon profitieren könnte? Dann teile sehr gerne, was für dich hilfreich war. Teile diese Folge. Wir alle sitzen im selben Boot. Und wenn du diesen Podcast gerne hörst, dann musst du dir unbedingt den Jahreskurs zum Umsetzen all dieser Konzepte und dem Material aus dem Podcast ansehen. Das ist mein monatliches Coachingprogramm, bei dem wir all dieses Material nehmen und es in Anwendung bringen. Wir studieren es gemeinsam. Also schließ dich mir an im Januar und stärke deine mentale Muskulatur, deinen Vertrauensmuskel. Wenn es darum geht, einen optimistischen, einen bestärkenden, einen unterstützenden Blick auf dich selbst und auf die Dinge zu erlangen, die noch auf dich warten. Besuch mich jetzt auf meiner Webseite auf www.karlajohannaschäffer.com slash Einzelcoaching. Ich freue mich mit dir, in dieses neue Jahr zu gehen. Wir sehen uns dort. 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 Wir sehen uns dort.